Hi Leute! Ich bin hier gerade ein bisschen im Weinberg spazieren und ich wollte euch zum einen mal die grandiose Aussicht hier zeigen. Moment mal, ich muss mal schauen, wo man jetzt hier gut was sieht. Nämlich echt schön hier. Und zum anderen, sag ich es vorab schon mal, wollte ich euch nämlich daran erinnern, weil heute ist nämlich der Start zum Detox-Kurs, zum 10-Tages-Kurs, wo ich euch die acht besten Detox-Methoden vorstelle, wie ihr die anwenden und integrieren könnt in eurem Alltag. Ah, da, schaut mal. Hier ist nämlich jetzt die Aussicht. Das ist das schöne Dörfchen, wo ich herkomme. Da unten ist auch der Main. Guck mal, ob man es jetzt wieder sieht. Aber zurück zum Kurs. Der ist ab heute online und zwar vom ersten bis zum zehnten. Könnt ihr euch jetzt einschreiben. Ihr kriegt noch 20€ geschenkt zum Start. Jetzt nur eben die zehn Tage und danach ist er nur noch zum normalen Kurspreis verfügbar. Die weiteren Infos zum Kurs, die findet ihr einfach auf der Kursseite. Also da kannst du einfach schauen, scroll dich durch. Steht das Inhaltsverzeichnis, alles mit drauf, die Infos. Also es wendet sich wirklich an jeden, der Hautprobleme hat. Einmal sowas wie Akne, Exzeme, Neurodermitis und so weiter. Und eben an jeden, der jetzt im Frühling einfach seinen Körper reinigen, entgiften möchte und ein bisschen entlasten. Mal einen kleinen Reset machen möchte. Genau. Aber das war es soweit. Dann schaut einfach auf der Kursseite vorbei. Und ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao.